Hallöchen Leute! Willkommen zu einem Let's Play zu, ähm, Crusader Kings 2, äh, Game of Thrones Mod, wenn man unschwer erkennen kann. Ich hoffe, ähm, es läuft alles gut und sieht gut aus und so weiter und so fort und blablabla und lalala. So, äh, jedenfalls, ähm, ich hab mir überlegt, wir spielen, ähm, kurz vor den Momenten, äh, also, ja, kurz bevor Robert stirbt, äh, ja, und, ähm, als Renly, weil er, äh, schon Macht hat und nicht verheiratet ist und zu einem großen Haus gehört. Denn mein Plan ist es, ähm, die, nicht mehr lange auf ein, äh, zu Haus Baratheon zu gehören. Ja, ähm, mein Plan ist es halt, äh, ein, äh, also, ich weiß nicht, ob das funktioniert, vielleicht sterbe ich bei dem Versuch, aber, ähm, dass ich dann einen Sohn bekomme und der macht dann ein, äh, wie heißt das denn das auf Deutsch, so ein, so ein, so ein Anderen, ein Kadethaus, heißt das hier im Englischen. Die sowas wie die, wie die Karstarks. Das sind ja eigentlich Starks, aber sie sind halt ein eigenes Haus und das habe ich auch vor. Ja, es wird vielleicht beendet, das Spiel sehr früh, vielleicht aber auch nicht. Mal sehen, ich habe schon vorher alles eingestellt, ähm, ich komm hier auf, wir holen uns das valyrische Stahlschwert. Renly ist sehr appealing und ist fashionable, also, er ist schick. Ähm, ich hole mir noch keine Frau, ich gehe jetzt mal Seduction Focus, also, wir holen uns die Ladies. Hat ja beim anderen Spielstein sehr schön funktioniert. Ähm, und dann schaue ich mal, äh, komm, wir holen uns mal eine Appealing-Frau, ich mach das mal so rum. Äh, äh, Pealing. Heh, Kaffee. Ne, die müssen, die müssen schon, äh, Frauen sein, die nicht im Gefängnis sind, äh, die möglichst nicht verheiratet sind. Äh, boah. Und die, ja, dann, dann holen wir uns mal eine. Das klingt schon komisch, ich weiß. Ah, guck mal, die, die, die Vaira, die ist doch... Äh, das geht nicht. Äh, okay. Kann ich überhaupt wen? Ne, dann vielleicht besser. Da, da, das geht auch, oder? Sedu is new. Äh. Man, äh, elaine is diesel for sexual orientation. Oh. Das heißt, weil wir homosexuell sind, können wir keine Frauen aufreißen. Ha. Kann ich denn, okay, man, ich, ich schaue mal was. Äh, man. Okay, ihn kann ich, ähm. Ah, ja. Das ist, äh, interessant. Ähm, dann hat sich mein Plan schon erledigt. Ha. Das, äh, ja, passiert. Ich kann Mycella heiraten, das ist sehr interessant. Das mach ich aber mal nicht. Dann nehm ich mal die Frau hier. Ich möchte Bastarde haben. Mann. Mann. Ich möchte jetzt, guck mal hier, Grace Ford. Komm. Dann starten wir mal das Spiel richtig. Hat schon mal alles nicht gut funktioniert. Äh, äh, super. Äh, bla, bla, bla. Lang lebe der König. Stellt sich nur die Frage, wie lange noch? Ähm. Ja, der gute alte, gute alte, gute alte Robert und seine Kinder. Das Problem ist, ich hätte auch ein Kind von ihm gespielt. Ich hätte auch einen Bastard gespielt. Äh, einen Bastard zu spielen ist nämlich am einfachsten. Aber das ist, äh, ein bisschen schwer. Äh. Komm. Wir wollen Geld. Gib mir Geld. Dankeschön. Äh, jetzt würden wir erstmal schön heiraten. Und dann, äh, Kinder rauspoppen lassen. Bis wir unser... Ey. Was soll das? Stimmt. Ich sollte vielleicht die Würfel aus der Hand nehmen. Weil es Krach macht. Und das stört. So. Äh, es können jetzt... Es kann jetzt passieren, dass gar nichts, äh, passiert. Ähm. Wir sollten vielleicht versuchen, komm. Wir wollen... Das ist alles hier. Die, die, der Kram hier. Kann ich mal zeigen. Kulturen ist alles Stormlander-Kultur. Deswegen sollte es auch zu den Stormlandern, zum Stormland gehören. Zum Sturmlanden. Oder wie auch immer. Deswegen... Ah. Äh. Oh, komm. Non-Aggression-Pact. Blablabla. Ha. Ja. Ja, wir... Sorry. Wir haben ja als... Als Land, das wir direkt regieren, haben wir nur... Äh, Storm's End. Oder das Sturm Cup, wie das heißt. Äh, oder ist das ein eigenes Land? Ich weiß es nicht. Na. Ähm. Äh. Danke. Und... Das finde ich ein bisschen wenig. Am besten wäre, wenn wir Land hier gewinnen. Äh. Wer ist der Ball? Ich... Ich bedanke mich für dein Essen. Kann ich vielleicht versuchen... Claim on King? Äh, nee. Wir versuchen erstmal noch nicht irgendwelche Claims zu machen. Das wäre ein bisschen blöd. Ähm. Wir möchten... Wir möchten... Achso. Äh. Cair... Äh, Cap... Ähm. Investigate Prince Joffrey. Äh. Hm. Eigentlich wollte ich ja... Ah, okay. Das machen wir mal. Da machen bestimmt voll viele mit. Fabricate Evidence of Illigidismacy. Zizismacy. Ich hab meinen Typen hingeschickt, um... Damit die uns mehr mögen. Äh. Ja. Ähm. Hm. Faction. Ähm. Kann ich auch sagen... Okay, ich muss erstmal warten, bis Robert eventuell stirbt. Normaler... Ich glaube, normalerweise wäre er jetzt schon tot. Müsste. Eigentlich. Sollte er sterben, würde man... Würde dann Joffrey auf den Ton kommen. Und Joffrey ist ja... Ne. Weiß man... Wer die Serie gesehen hat. Übrigens... Spoiler. Na, für Spoiler ist es, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Äh... Council. Äh... Oh. Unser Spion ist tot. Passiert. Lord Ralf II. Von Windwater. Das spiel übrigens nicht auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Ähm. Komm, wir holen uns Windwater. Von dem... Kram hier. Von der... Wie heißt das? Stone Dance. Und das ist Messays Hook. Ich nehme an, dass das Haus Messay... Genau. Die Post-King-Robber. Natürlich möchtest du das. Das ist Tywin. Mr. Lannister-Boy. Und er, äh... Und die Kinder. Hier Tyrion und so weiter. Prinz Tywin ist für mich bekannt. Ich würde dafür... Ah, okay. Na gut. Dann machen wir das halt nicht. Wenn Robert das nicht möchte. Habe ich übrigens... Habe ich überhaupt den Timer angemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen. Ja. Da kann ich erst später drauf antworten. Ein junger Artist. Das war... Okay. Ich möchte Stärke haben. So. Äh. Malicht, ich bitte. Es ist ein Rennrannes, noch von meiner Trin... Nuh, nuh, nuh. Nuh. Berik, Dondarion. Blackhaven. Ist das nicht der... Typ? Und... Wie ist der andere? Goodwin, nuh? You're just jealous. Du hast convince me... To be more careful about my friends. Habe ich Freunde? Ich habe gar keine Freunde. Achso, ich habe... Ja. Äh. Ja. Äh. Ähm. Äh. Ach komm. Moment. Wer hat mehr Männer? Du hast 3000 und Lord Goodwin hat 1000 erkommen. Oh mein Gott. Das Spiel geht ja sehr darum, ähm, seine Vasallen zu managen. Und das... Sollte ich auch größtenteils besuchen. Jetzt neuerlich, ne? Mhm. Mhm. Komm, wir brauchen Freunde. Äh. Ja. Es ist bloß blöd, dass ich den jetzt eigentlich angreifen wollte. Ups. Wer hätte das gedacht? Hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Das werde ich wahrscheinlich nicht mal... Äh. Aber doch. Aber wahrscheinlich... Sagt dann Robert so, äh, vorher so. Äh, nein. Das fällt dir ein. Ja, ja. Ähm. Wie geht's eigentlich? Das heißt, sie ist schwanger. Äh. Okay. Ha. Kacen. Das kannst du... Kannst du... Kannst du wahrscheinlich viele Dinge gut. Du möchtest ein Ritter werden. Grand Nathood. Komm. Loser. Kenra. Okay. Komm. Hier. Jetzt bist du Seracathan. Du willst ja unbedingt Ritter werden. Jetzt bist du Ritter. Und es hat mich auch nur ganz viel Geld gekostet, glaube ich. Sie hatten das überhaupt... Wahrscheinlich kostet das wirklich Geld. Ähm. Was machen die da? Die haben irgendwie so einen Krieg von innen. Äh. Laut Paramount Maze. Äh. Ach, du bist gerade geradet von Zalador. Das finde ich aber nicht so cool. Ähm. Boah. Was von Khaleesi den... Daenerys. Alter, guck mal, die ist noch der, ähm... Der, äh... Äh. We're talking about your friends, so... Okay. Boah, danke schön. Die Daenerys. Müsste die einzige sein von Haus. Ja. Seit sie sterben, ist vorbei. Wart mal. Rhaella. Aeerys. Daenerys. Daenerys. Ah. Ah. Das können wir... Wie... Wie... Okay. Was macht denn der da? Windwater, Felswood, Dijur... Aber nie. Ihr lässt immer alles so, wie es ist. Oh komm So, jetzt habe ich ein Claim So ein Claim auf irgendwas Windwater Das ist übrigens sehr wichtig, dass die das nicht wollen Ich brauche aber mindestens 200 Prestige Du hörst auf mit deinem Krieg, bitte Ich finde das nämlich nicht so cool Komm, sei arrestiert Nee, natürlich nicht So, Krieg, wer hätte das gedacht Es gibt Krieg Krieg, 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 Krieg Habe ich auch Commander? Nee, habe ich natürlich nicht Damit Brienne, oh, Brienne Die, die Die Maid, irgendwas So, ähm So, Entschuldigung Kann ich mich selber als Commander? Nee, kann ich nicht Äh, wahrscheinlich Ja, im Pike bin ich gerade Das ist sehr interessant Es wird Zeit, meine Gegner zu besiegen Und Pokémon zu fangen Pokémon Mal schauen, gibt es hier eigentlich ein Pokémon in der Nähe? Ah, nee, ich schaue jetzt lieber jetzt nicht Äh, ist das Gute Idee, da rein zu gehen Ach, komm Was soll schon schief gehen, ne? Äh, Atrix Präsidation Mr. Tjörn Okay Äh, unser Neffe So, wir sind da oben Äh, hat nicht so gut funktioniert da oben Aber wir sollten diesen Kampf trotzdem gewinnen Und wir haben Jemanden gefangen Super Der geht jetzt nach Grandview Wir gehen da mal hinterher Äh Kann ich den hier Äh Genau So, du kümmerst dich darum Hm, ich muss gleich mal schauen, was die Hauptstadt von dem Typen ist Ja, wahrscheinlich da, wo das Schild ist Hätte ich da mal vorher hingeschaut Ja, komm Okay, er geht gerade weg Das Und er geht gerade in Richtung Fonten Deswegen gehe ich da auch mal hin Du bleibst jetzt schön da Und machst mal den Die Belagerung da So Gehst nach Gelugr Hoffentlich bleibst du irgendwann stehen Damit ich dich wieder besiegen kann Und dann kriegen wir vielleicht so richtig Eigenes Land Das wäre doch voll cool Das ist nämlich ein Verräter Verräter des Reiches Okay, ist jetzt nicht wirklich ein Reich Aber ihr versteht schon, was ich meine So, du bist jetzt am 10. August weg Und wir kommen am 1. August an Das ist gut Und wir haben sogar Moral Yay Wer ist denn das überhaupt? Zermarik Achso, das ist niemand Schön So, und du bist jetzt da hin Und dann sollten wir es auch bald geschafft haben Dann können wir den festnehmen Und dann sein Land nehmen Und dann groß und stark werden Und nö und hu und ha Und vielleicht setze ich das mit dem mal weg Von dem Land Von meinem Freund Das wäre Okay, er ist nicht mein Freund Das ist komplizierter als das Ihr versteht schon Ähm Ja, da Dauert noch ein bisschen Für 35 Okay, jetzt noch ungefähr 50 Tage Okay, mhm Ja, wir brauchen alles, was wir kriegen können Ja, und sobald dieser Krieg vorbei ist Kann ich mir dann alles nehmen Und dann schaue ich rüber zum Fernseher Und irgendwie brennt schon wieder überall Die ganze Welt War ja mal wieder klar, ne? So Wie geht's eigentlich mit Joffrey? Er ist 14 Er mag es, Leute zu foltern Er ist, äh Ein Feigling Und er ist böse Und nö 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 Und hast du nicht gesehen Vielleicht starte ich das Kampagne nochmal neu Äh Hätte nicht gedacht, dass das so endet Vielleicht hätte ich da eher Als Dannes spielen sollen Das funktioniert so Ähm Wenn ich Okay, Lord Commander Dennis Müsste John nicht sogar schon auf der Äh, bei der Nachtwache sein Ich habe übrigens gewonnen So Äh So, bekomme ich noch so ein Event oder so? Irgendwie so kaum So, Moment Ich schaue mal nach Ja, er ist bei der Nachtwache Und hier ist sogar schon Longclaw Ähm Das heißt Das ist ein Das Kern Okay, ähm Ähm, wie sieht denn da aus Das Ich glaube, da braucht John noch ein bisschen Zeit Dann ist Malister Okay Dann nehme ich mal Die Maester Dafür sind die ja nämlich da Bin ich Nee Ich möchte sein Land haben Aber da brauche ich noch Zeit Ich brauche 200 Prestige Und ich habe sogar schon bald so viel Prestige Und was brauche ich noch Und was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Ähm Äh, da brauchen wir Ja, ich brauche 200 Prestige Dann ist das Dann hat sich das Äh, so ein paar Jahren Habe ich das Habe ich das Habe ich das Habe ich das Lass ihn In der Gosse Rotten Irgendwas Lord Loras Okay Lord Loras hat 18 Und er hat von Griffins Roost Hat nur 8 Deswegen Allow the Duell Und er ist tot Super Dann hat Loras ihn umgebracht Und Lord Raymond Äh, ist sein Ja, Moment Er wird auch ein Kind Ronald Storm Achso, er ist ein Bastard Achso Ja, und das ist halt Ähm Raymond Raymond findet mich Okay Ähm Ich sollte vielleicht mal was Anstellen Ähm Moment, bitte Achso, schade Äh Nee Das nicht Delegates Granting of honorary titles So Und ich spare mal mein Geld Vielleicht bekomme ich dann sogar noch Ein Valyrisches Stahlschwert Das wäre Ziemlich Äh Ziemlich 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 So, du hörst mal auf mit dem was du machst Und bekommst hier nämlich kein Kram Das ist alles mein Kram, nicht dein Kram Achso, Brienne ist so Achso Brienne, na, da Ist ja mal sehr interessant Die schüchtern Die schüchtern der mutige Brienne von Tard Lord Mace Komm, wir werden doch Freunde mit Lord Mace Tja, sind so einfach So einfach ist das Ähm Äh, I've come Oh, nö Und wen schickt er? Sehen wir Buckler Okay Ich gegen Achso, ich hab selber so ein Sechs Ah, jetzt hab ich da was verwechselt Okay God's will guide me Oh Gott Ich hab gewonnen Oh, das ist The Fury Valamor Gullis Meine Freunde Valamor Gullis Kann ich den noch irgendwie ganz schnell sein Land wegnehmen? Revoke Title Dankeschön Hab ich darauf Oh, nö Hab ich nicht Das heißt, ich hab jetzt Lodge von Windwater Yay Victory is mine Äh Beating them into submission The gods, äh Execute him God, ah Send him to the wall Not in the cell Ach komm, du magst mich eh nicht Deswegen musst du dran glauben So, und wer hat jetzt das Land bekommen? Lord Benedikt von Bronzegate Hat Land geerbt Kann ich eigentlich Land auch So irgendwie So Claims machen? Queen Alice of the Stormland Nee, ich möchte meine Frau eher nicht Umbringen Hm Gibt's hier noch Mast Lord Theon Oswin Ich möchte gerne So erstmal kann ich Den nicht verkaufen Schade Hm Hi Lord Shif A Trident Granted To Irgendwenn anders Und Office Vessels Nee Dann kann ich da wo anscheinend nichts machen Aber ich kann mir Rainwood hören So, ich habe eine ganze Macht von 20.000 Und mein Bruder Äh, nee, Moment Kann ich mir den Krieg erklären? So Ist schon wieder irgendwer tot Guck, hier Birik Aber jetzt ist es jetzt für mich So, Dragonstone So Neue Tochter Hedy Sands Baratheon Und sie ist Nicht von hier Ja Das ist, äh, sehr schön So Yes, Drunkard Vielleicht stirbt er einfach so Aber wer weiß Er ist schon 38 Haaland Ist, äh Komm Aber alle weg damit Einfach alle weg Ah, Joffrey ist alt genug The White, der, ja, er ist, äh, kein Baratheon Das kann man so sehen Investigate Ah, da kriege ich keine Plotpower So We have been Oh, the juicing Handsome Young God He first We are old Like a puppy Very big Muscular Puppy Give him Tumble And I have The most Okay My lover Okay I went Um So Arek Der starke Arek Das ist doch super Ist doch super Ist jetzt Mein Knäppchen So, okay Sowas hätte ich vielleicht nicht sagen Ah Brace Von Nights Ah Nö Du hörst mal auf mit dem Was du machst Ah Ich hatte anfangs eigentlich überlegt Vielleicht einen Selbstkreierten Äh, Typen zu spielen Aber das ist ja eigentlich doch blöd Dann will ich dir mein eigenes Haus selber gründen Da ist schon wieder das Bymaster weg Was ist mit den Leuten los? Sterben die die ganze Zeit? Ich bin bekannt als der Schöne Oh Das zeige ich euch mal eben Rendi der Schöne Und meine Frau Die ich nicht Zudrissen kann Ich müsste dafür Ich müsste dafür eigentlich Ah Ein So Homosexualität verlieren Und das ist hier irgendwie nicht Das ist gar Ein bisschen komisch Hey Cool Lordship of Dalston Keep Du hast zufälligerweise Nie 1000 Use it So und als nächstes dann Faring Cross So Du Gibst mir jetzt alles Was du hast Ein bisschen flotty Dankeschön Ja Von dem bekomme ich wahrscheinlich Nicht so viel Äh Das sind die eigenen Leute Das ist am sichersten Die hat nur 1800 Von daher Und da habe ich sogar wieder Mehr Land Dass ich selber regieren kann Ich meine Storm's End ist gut Es gibt hier auch King's Round Storm's End Fort Level Huge Storm Lender Fort Storm Run Wow Ich werde schon wieder Geld verloren Verliere ich Geld Wenn ich Kriegerkehre Ist ein bisschen blöd Brienne ist da drin Da unter Caster of Sapphire Point Wahrscheinlich hier unter So So Gaven of the Crack Das ist ein komischer Name für Land The Crack Übrigens in den Westerlanden In der Nähe von Casterly Stein So Und jetzt warte ich noch ein bisschen Oder Ah ne Tumbledon Äh Wind Achso der ist in die Richtung gelaufen Ah ne da bleibe ich lieber auf dem Land Ist das übrigens Oh Gott Ist das übrigens eine Ist ja Er ist Roller Oh no Okay Wie sieht das mit Religion aus Interessant Die alten Götter Die sieben Götter Blablabla So Oh Vom blutigen Tor Ist ein sehr schöner Name Ach das ist doch eine Goodwin Trant Okay Moment Was hat denn das Ne Trotzdem Keep Okay Dann machst du jetzt mit Wo war denn jetzt das blutige Tor Das war doch irgendwo Bloody Gate Das Na Da halt nicht Oh Gott So wie viel kriegst du auf die Reihe Nicht so viel Okay Cool Danke Komm dann wird das jetzt So Krieg vorbei Mein Land Ah Und da ist die Folge auch schon Vorbei Da Bedanke ich mich für alle die zugeschaut haben Ist jetzt nicht so viel passiert Aber Ich mach da mal Ich versuch's mal hinzubekommen Ähm Also wie gesagt Vielen Dank zum Zu Beim Vielen Dank Zum Gedöns Äh Ich hoffe ihr seht mich auch in der nächsten Folge Euer Terra LP hier